Wie ging denn der überhaupt noch? Keine Ahnung. Na, rein mit dir. Ja. Reicht. Also hätten wir jetzt dann die Flugkappe, sprich einen roten Schalter. Wäre das alles viel einfacher. Zu niedrig. Zu niedrig. Ja, triff, triff nur weiter. Hm, war auch zu hoch. Ja, triff, 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 triff. Ja, triff, triff, triff. Aber jetzt. Ja, genau. Hallo. So, damit haben wir unseren ersten Geheimnis-Stern. Und können weitermachen. Hier geht's! Ah, mit Start, glaube ich, genau. Vier. Hm. Hm, welche Mission kommt als nächstes? Ja, durchfliege alle Minzringe. Können wir nicht machen. Können wir nicht machen. Dazu brauchen wir die Flugkappe. Eins, zwei, drei. Gut. Mach mal zuerst die Mission. Die war schlecht. Schlecht. Ja, da muss man ein bisschen, ähm... Tricksen. Und schnell sein. Und dann haben wir uns diesen Stern. Dann... ...denn, den, 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 den. Here we go! Wir freien den Kettenhund. Gut, äh... Und dann machen wir in der nächsten Welt weiter. Welche denn da wäre? Diese hier. Nein, diese hier nicht. Oder war es diese hier? Doch, die war es. Oder? Nein, 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 nein. Diese da war es. Genau. Wumms Wuchtwall. Eine sehr einfache Welt. Bessige König Wump. Die Lucky2Film AG berichtet live und in Farbe. Hier die neuen Meldungen. Gegner sind sehr oft unachtsam, wenn du dich leise, also langsam bewegst. Die Kameraposition kannst du durch C rechts und C links verändern, um einen Überblick zu erhalten. Das Weitwinkelobjektiv wird mit C unten eingesetzt. Details der Umgebung werden so sichtbar. Ein Warnton erklingt, wenn die Bewegungsfreiheit der Kamera eingeschränkt ist. Das waren die Meldungen und damit zurück zum laufenden Programm. Ich kürze jetzt einfach mal ein bisschen ab. Ja, genau so sollte man es nicht machen. Ja, und ich glaube, ich habe langsam den Dreiersprung raus. Ja, genau. Das ist glaube ich schon eine Zeit her, wo ich Mario gespielt habe. Oh, 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 oh. Lassen wir das schnelle und gehen es langsam an. Ja, ja, leg dich wieder schlafen. Hey, 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 hey so wichtig hier in meinem reich ich werde dich lehren meine befehle zu diese vermalen rückenschmerzen die aufgabe ich hier stehen bleiben hoch setz stamm vertanke damit werden wir runter geworfen und das ganze beginnt von an vorne das ganze dreimal wie wir es schon kennen und fertig unglaublich du hast mich von meinem kreuz schmerzen befreit als dank gebe ich dir diesen stern hier wieder damals nächstes steigt auf dem berg auf die bergfestung ja 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 nachdem könig gesiegt ist erscheint ein schloss auf das wir jetzt hochkletter müssen ja 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 spring halt nicht alles in ordnung gott ich glaube ich habe noch nie so probleme gehabt wie gerade eben gut das geht ja die flassen fünf münzen fallen ist in ordnung beziehungsweise eine blaue gott 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 Konnte man die Kameraperspektive immer wieder nach hinten ausrichten mit Z. Das bleibt uns hier leider verwehrt. So, und wir sehen schon, hier ist ein kleines Schloss. Schlecht. Und da ist der nächste Stern.